Mach dich doch mal nicht so breit, hab kaum Platz. Hab nicht mehr Platz als du, obwohl bist viel weniger ausgedehnt. Möchte ich meinen, dass ich schlanker bin. Sag ich doch, hast weniger Ausdehnung. Deine Wiederholungen gehen mir auf den Geist. Perfektes Stichwort. Nur das Ausgedehntes und Geistiges, was Grundverschiedenes sind. Jedenfalls nach Descartes. Klar. Nur Materie ist schwer und ausgedehnt. Mit Länge, Breite und Höhe. Merk's gerade an dir. Denken und Geistiges hingegen sind ganz anders. Erstrecken sich nicht, obwohl sie doch alles enthalten. Na super. Als reiner Geist hätte ich hier an deiner Seite also genug Platz. Es wäre zumindest bequemer. Aber ich existiere, bin nicht nur denkende Substanz. Sondern auch ausgedehnte Substanz. Und darüber denke ich gerade nach. Frei nach Descartes. Du denkst, also bist du denkende Substanz. Ja, aber ich habe auch einen Körper. Und folglich ausgedehnte Substanz. Das hatten wir bereits. Aber was ist das Ergebnis deines Denkens? Dass ich meinen Körper ruhig mal ausdehnen könnte. Ah! E... E...